Hier Ronja, komm Da kriegst du auch mal was Auf geht's, ich zerstör den Typen jetzt Alles klar, mach den kaputt Auf geht's Sit down, Kid Wo ist der? Ist das, ist das wieder hier das PvP-Wattel? Oh, jetzt hobs einfach Nein, das ist unfair, du bist zu stark Warte, du musst auch mal reinkommen Warte, ich glaub nachträglich kann man nicht reinkommen, oder? Ich glaub ich bin der Battle-Champion Jaaa, nice Der Battle-Champion Ich kann bald Superman werden Ich glaub ich werd jetzt auch erst mal Spider-Man Ich glaub es ist besser als nix Ich versteh jetzt wie der Typ Thor geworden ist Oder? Spider-Man ist besser als nix? Ja Ja, der macht Spider-Man, das ist Tops Der ist glaub ich relativ stark Was macht denn der Tops? Der kann halt schlagen und Netze schießen Ok, ok, was machst du denn immer? Netze schießen oder schlagen? Was macht mir Schaden? Ich mach Schaden Ich mach Schaden Ich mach Schaden Also 2 Oh, hi man, ja Oh, hi Der 2 ist, ich glaub 2 ist erst später Also die 2 die du wählen kannst, ist später erst ganz gut Ich geh jetzt in den Graveyard 2 macht überhaupt gar keinen Schaden Eins macht keinen Schaden Ja, die mussten halt auch aimen, ne? Jaha Vielleicht hab ich nicht geaimt, vielleicht hab ich ins nichts geworfen Man weiß es nicht Ja, kennt man von dir Ey, kann man die Punchen so upgraden? Jaja, das kann man, das ist das andere Das kostet auch nicht viel, das kostet am Anfang glaub ich 1000 Und danach nächste Stufe 2000 Das geht voll Aber das macht halt nur einen Schaden mehr Ja So wie ich das sehe Ja, aber ey, ich bin in der nächsten Zone Ey, es gibt ja mega viele Zonen hier Das ist, siehst du, der Typ hier Thor ist wahrscheinlich einfach nur nicht mehr in unserer Zone würde ich sagen Ja Ja, das ist halt wirklich so Du kriegst gefühlt dann 100.000 Coins easy oder so Ja, ich glaub das ist wirklich Du kriegst am Anfang die Coins langsam Aber danach gehts halt Nach woher Das ist eine mit 1500 HP großer Ah Das ist meiner Nein, das ist meiner Ich bin Tops, du hast eh schon so viel Geld Tops, du kannst bald in meine neue Zone Okay Ja, aber Tops, hör auf die Leute zu töten Das find ich frech Ich bin hier an was dran Da Das ist auch, also weißt du, das ist was das für Volk zwar einfach gerne Kommt einfach an und fertig, wenn ich das Ding fertig gemacht habe Ist okay Ist okay Ich hör da ein bisschen Wut raus Ja Weil der Typ einfach der Schlimmste in der Welt ist Also Hast du das selber gemacht, Tops Habe ich auch gehört Weißt du, wenn er selber macht, freut er sich richtig Aber wenn es die anderen machen, dann ist so Das ist das Schlimmste der Welt Ist das so gemein Ich werd geärgert Schau mal hin Immer zu Ja ne, guck mal, guck mal Wie ich mich damit mache Ich muss Wieso Ich arbeite hier schon an meinem 10 Jahre Schau mal, schau mal, schau mal Okay, jetzt, mach ihn, mach ihn Ne, ich hab, ich hab, ich bin full mit Skulls Das macht keinen Sinn Oh lol, genau mach ich Äh, ich mach jetzt Deathmatch Okay Geh ins Deathmatch Kriegt man halt viel Geld? Diesen zwei Supermans Okay, ich schau mal, ob die sich low machen Und dann hol ich den Oh, das ist, oh, das ist, glaube ich, die Strat Weißt du, dass du wartest, bis sich die Leute gegenseitig low gemacht haben Oh mein Gott, they wanted me Fast Aber dieser Tor ist halt auch so hart Mit dem dummen Hammer Das ist halt schon mies Ja, ich hab einen Superman down Ich hab einen Superman down Ich hab einen Superman down Aber der andere hab mich verpasst Ich kalte den grad Ich hitte den einmal Und dann geh ich weg Damit seine Hinsen nämlich die Titten Das geht's Nein, okay Ja, die Sache ist die Zwei Schläger und ich bin down von dem Ah, das ist dieser andere Okay, ich weiß nicht Das ist der, der uns die ganze Zeit die Sachen klaut Oh, man, ich hab jetzt wieder 7 Uhr Das ist der Klauer Guck mal, ich bin fast Platz 1 hier im Leaderboard Ja, glaube ich auch Ich bin jetzt in der nächsten Zone Gleich Echt? Sobald ich hingelaufen bin jedenfalls Ich hab 20k Gehortet Ich hab nicht gedacht, dass man so schnell Geld verarmt Ach, ich auch nicht Das ist, ich glaub das ist einfach so, so, so Das Zonen-System finde ich gut Oh mein Gott, die Coins Oh mein Gott, die Coins Wie viel, wie viel Coins sind das? 2,5k jedes Mal Das ist wie ein Boss Ey, das ist mir doch gar nicht aufgefallen Hey, das hab ich doch die ganze Zeit gesagt Dass du die nächste Zone erst kaufen sollst Wegen der Coins Ich hasse dich Flo Ich hasse dich Ich hasse dich Flo, Flo will einfach nur, der will gar nicht Progress machen Der möchte einfach nur gucken, dass du kein Progress machen Nein, das stimmt gar nicht Dann bist du in der Ferrischen besser Das war mein Geist Das war mein Geist Dein Geist? Ja, ich hab mich Ich hab solche Coins Wie groß war euer Backpack? Äh, nur für 200 200 Wie viel? 200 2500 2500 Warte, 2000? Ja, 2500 Das ist meiner zumindest Äh Mann, der von einem großen Geist so 2500 Skulls Okay Okay, okay Ich geh nicht ins Deathmatch Ich bin noch zu schwach Er ist ein Batman Ja, ich lauf rein und der schlägt einfach nicht mehr Okay, das heißt ich upgrade jetzt mein Backpack Nee, 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 der schlägt nicht Der schießt Shurikens Wollte wie die heißen Ja, keine Batarangs glaube ich, oder? Batarangs Batarangs Ist das die offizielle Bezeichnung? Ja, der hat das Boomerang, so Batarangs nennt man Ey, 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 ich hab ne legitime Chance Eroni, machst du nie Deathmatch? Äh, ich mach ab danach Deathmatch Aber jetzt mach ich erstmal kurz Ja, so wissen wir wie Batman vs. Superman ausgegangen ist, ne? Oh, jetzt seh ich auch Topsis Black Widow Ja I see, I see Der Batman hat mich auch gewonnen Wie viel kostet Batman? Wie? Ich glaub Batman kostet richtig viel Oh mein Gott Tops Wir sind Twitch Guck mal rechts Was habt ihr denn? Wir haben 100k geschurft What? Ist er hier crazy Oh, nur noch Ich brauch nicht mehr viel, dann hab ich's geschurft Dudes Ey, bald kriegen wir 16 Millionen für Tor, okay? Ja Easy Batman ist ein 4 Millionen, Dude Ja, aber eigentlich dürfte Batman gar nicht da sein, nur Superman auch nicht, weil Ich geh jetzt mal so'n, so'n, so'n Geist Soll ich mir super mal kaufen? Oder soll ich lieber upgraden? Black Widow Upgrade, upgrade, upgrade Ne, nicht upgrade Sondern man kauft die lieber nächste Zone, oder? Kauft die lieber nächste Zone, Flo Ja, ich glaub den JT-Zonen sind so gut, weil Du so viel Geld durch die Münzen kriegst Mehr Backpack, oder? Kann einfach, man kann einfach gehen Man kann einfach hier Dingen Was? Du kriegst aber auch 12k Münzen pro Dings Du kriegst aber auch 12k Münzen pro Dings Ja Das hab ich doch gesagt Und was meinst du? Du kannst links klicken auf Save, dann bist du, äh, was du hingebaut hast Ach lol, das ist ja praktisch Ja Das ist ja mega praktisch Ja Gefühlt Ähm, 6.000 ab hier haben die großen hier Ich glaub das dauert ne Weile bis ich die hier down hab Ja Ich glaub dann ist es nicht worth, dann lohnen sich die Münzen mehr, oder? Passt Doch, das ist worth Der füllt mein Backpack full auf Wirklich Ja Wie viel kriegt man an Geld für 2,5k Kapfe? Äh? Äh, ich glaub 12k Ja, irgendwie so um den Dreh hab ich weggefahren Ich hab jetzt ein 25k, äh, Backpack Ja, aber Olli, schau mal, wir sind nicht Wir sind nicht mehr Wir sind schon mal gut dabei Schau, wir sind schon Jetzt sind wir die Sucht Die Sucht ist für die Andere Jetzt sind wir 52 Ja, ja, auf jeden Fall Jakob hat halt 9 Millionen Aber ich glaub halt nicht mehr, dass das so insane ist Einfach weil, wenn du in ne spätere Zone kommst Ja, da kriegst bestimmt eine Million pro Coin Ja Ja, guck jetzt hat er 10 Ich mein, sonst würde das ja gar nicht möglich sein, sowas Und ich mag das schnell retten Aber ich wünschte, die hätten mehr von den, äh, Verteilern Weißt das? Weißt das Flo? Ich hab gesagt, du sollst abfahren Er mag dich nicht Was hast du denn für ein Problem Flo? Zu alt Aha Ja, ich mein, wenn du willst kannst du helfen, aber Ey, das dauert gefühlt dir ja richtig lang Ich glaub da, da brauchst du heute was mit Superman Ich schau meine Coins Ja, ich glaub ich kauf mir eh demnächst Superman Aber lass den, lass den mir bitte Ja, ne Wer sind wir denn zuerst kriegt Flo? Tups, hau ab Ja Ich schlag grad schon seit 3 Minuten auf den ein, okay? Und der ist grad jetzt bei der Hälfte Ja, siehste Tups, hau ab Ja, ist der Flo? Das ist, das ist, das ist, das ist dann einfach die Gebührte, das ist einfach die Gebührte Rache, die mir dann zusteht Okay, Deathmatch, wir gehen rein, wir gehen rein Ich hab abgelehnt, ich hab abgelehnt Okay, Jakob ist das Ja, wenn du diesen Typ machen willst Ja? Du kriegst das, okay? Oh nein! Tups, lass mir den! Hihihi Hihihi Was hast du geklaut? Die anderen battlen und dann, äh, absterben Warte, wie viel kostet die nächste Zone? Die, die, die nach, äh, den Geistern Äh Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den kriegst nicht du, den kriegst nicht du Flo Äh, 125 125? Oh Ich hab gedacht, die kostet wenige Ich hab gehofft, die kostet wenige Ja! Junge, Tups, das ist so unfair Ja! Genau! Sag diejenige Ich werde dir absolut jeden, 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 den du angehst Absolut jeden werde ich zu stealen Du wirst nicht mehr farmen können, Tups Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde Nur noch dir alles weglauen Ich bin nur salzig Ach ja Warte Flo, ich helf dir, du kriegst auch den Kill Tups, hau ab! Bitte! Tups, ich komm zu dir nach Thüringen Dann mach ich aus dir Thüringer Klöße Ja? Mach das Flo Leute, herrlich, ich werde umgeschmissen Oh, warte, 125 K kostet die Zone, gell? Tups, bitte! Hat Tups den geklaut? Tups, bitte, nein, das ist nicht mehr witzig Bitte, das ist schon der Zweite Tups don't Ich hab, ich hab geholfen runter zu schlagen Okay, das ist noch High-Rig Accept Tower Nein, hau ab Jetzt muss ich abkommen, die letzte Klauen Ah, ich bin full, full Wie kann man sich whappen? Links klick, links klick, links klick Okay, ich bin jetzt in der Buy Zone Äh, in der War Zone meine ich natürlich Holy moly, kriegt man da viel Moenies Moenie Moenie Ich brauch mir jetzt noch einen größeren Backpack Ich hab mir den für 25 K geholt Hey, den hab ich schon lange, ich hab den 62 K grad geholt Echt? Na siehste, das ist dein Problem Warni, wo bist du? Ich bin in der War Zone, wo seid ihr? Ich bin auch in der War Zone, ich bin hinten links in der Ecke Oh ja, ich seh dich, du arbeitest an einem großen Ich helf dir mal Warni, ich glaub nicht, dass du schaffst Ich würd ihn auf 4 HP lassen, wenn ich du wär Kann ich mich warpen zu euch? Das wär ne gute Idee Wieviel passt denn bei dir rein, Ronja? Wieviel hast denn du? Ah, nur zweieinhalb Zweieinhalb, dann guck mal, dass du deinen Dings da updatest Dann könntest du dir den niederprügeln, damit du den kriegst Warte, wieviel machen die Kleinen? Wie bringen wir die Kleinen schon? Die Kleinen, die machen 1500 Ja, das reicht doch Ja Obwohl die, nee, 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 hell no Die Kleinen lohnt sich überhaupt nicht für mich Die Kleinen sind so Ach hier, du bist jetzt in der Zone oder bist du schon bei den Bist schon Warzone, da wo wir waren Ich bin Warzone, ich bin aber nicht Skyscrapers Nö, da bin ich auch nicht Alter, ey, ich weiß warum, aber das macht grad voll Spaß Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich hab das Gefühl, wir machen nix Aber irgendwie Ja, aber wir machen doch irgendwas, ne? Du grindest halt Wir reden über Gott und die Welt Ja Oh nein, ich bin stuck Oh nein, ich bin stuck Nein, Flo, nein Warum denn nein? Achso, klaut er Wir will klauen, aber Es ist unmöglich, von einem Superman wirst du klauen, wenn er macht 2 damage Ja Ja Oh mein Gott, ich bin so rich Oh warte, ich wollte mir Superman kaufen Achso, ich bin Ich kauf mir jetzt Superman Store Ja, kauf du dir Superman Aber kauf dir dann auch Er kannst mir helfen Flitz Ich hab grad mein Backpacker Upgrade Ich hab 12,5k Ich will wissen, wie viel man wirklich kommt von dem Ja, man bekommt 6,5k Okay, ich bin jetzt Superman Echt? Ja Und Warte Ability Upgrades kosten nicht so viel, oder? Ah doch, kosten viel Ja, ich würd Ich hab bis jetzt noch gar nichts investiert Ja, Ability Ich glaub, es lohnt sich nicht Ability lohnt sich höchst einmal zu upgraden Ich glaub, später lohnt sich das erstmal Wirklich Deathmatch Nee Ich mach hier den Team Nee, ich hab aber jetzt auch keinen Bock grad Ich deathmatch eh Oh nein, das ist der Tor Wirklich? Jaaa Das ist ein anderer Tor Aber das ist ein Tor Der mich aus der Ferne geworben hat Und mit seinem dummen Hammer Ups, lass mich Was sagst du? Nein, du hast schon so viel Please Dieser Jakob Goddamn Aber wir holen auf Ja, 6, Ja, okay, du hast recht gehabt Siehst du Flor, warum zweifelst du das immer an? Wo du ein Lügenbold bist vielleicht? Ich bin kein Lügenbold Du hast eine längere Nase als Pinocchio Hä? Nein, hab ich nicht Kannst du's beweisen? Ja Ja Wir können gerne mit Nasen verbrechen Wie viele Nasenlöcher hast du? Ja, 2 Das ist verdächtig Pinocchio hat auch 2 Das ist korrekt? Guck mal, er kennt wenigstens selber Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung Ich bin die Ronja Ich bin die Ronja und pupse gerne in meiner Freizeit Was? Ja Ja, Ronja, ich weiß Bescheid zwischen dir und deinem Forzen Mhm Die haben mir alles erzählt Okay Alles klar Ja Ability Upgrades Geil 500.000 für ein Upgrade hier Ach, ich liebe es einfach irgendwelche Leute 500.000? Irgendwelche zu Soldaten zu gehen und die zusammen zu schlagen Das kennt man doch Irgendwie Sowas ist voll schlimm in dieses Spiel Weil du hast nicht wirklich Zielen Weißt du Wenn du jetzt Legit Das Ziel ist besser als Tops dann Aber das kriegt man nicht hin Weil ich sowieso schon der Beste bin Der Beste Grinder Ihr habt noch nicht so viel Grind-Erfahrung Aber ich Ich könnte jetzt was sagen, aber Ja Ja Was willst du denn, ha? Flo, komm Hör raus Wir wollen's nicht sagen Aber wir wissen alle was gedacht ist Ja Und das ist ja was zählt Ja Und wenn Tops das nicht sieht, dann ist das nicht unser Problem Ich krieg keine Münzen hin Hauptsache Flo Hauptsache Flo ist jetzt Captain Americano Ist er? Ja Junge Tops ich werd jetzt alles weklern Ey ich hab dir geholfen Flo ne Was Alles werd ich weklern Oh mein Gott macht man viel Schaden Ey Tops wir müssen jetzt ein Ding 125 Ja Oh Das ist ja nice Das ist ja übelst nice Ja Ja So Hier zusammen boxen Alter Sick Das was mir gefällt Das könnte ich jeden Tag machen Okay Das ist beunruhigend Könnte man sagen Tops wenn man das mal aus dem Kontext reißt und so an die Polizei schickt Ja Was wird da passieren? Weil die Polizei würde sagen Okay der Typ da klingt gefährlich Mit dem legen wir uns lieber nicht an Tops Ah da liegt was Geld Ich mach 500 damage Du brauchst noch ein bisschen Geld Ja Ja Du brauchst 500 damage Was Mit dem Schild werfen Oh mein Gott Und das ist auch noch ranged Ey Ronny wo bist du nur Ich kann den großen Daumen wachen Ich bin Ich muss grad kurz Emma sellen Warte ich muss das Emma sellen Ich mach voll Wie viel kostet denn Dingensens Wie viel kostet America 256k 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 Das hab ich Easy Easy Aber warte Ey Ronny holt den bitte der ist richtig strong Ich weiß nicht ob das Sinn macht Doch 100%ig macht das Sinn Will ich nicht aufs nächste Dings absparen auf die nächste Zone Ich sparen auf die nächste Zone Nein mit dem bist du instant auf der nächsten Zone Okay Geht doch auf sell Plus 125k easy Bin ich jetzt Okay Warte man kann sich leider nicht zu den Zonen porten oder? Ne leider nicht So ich hab jetzt einen größeren Ich hab schon 25k Backpack Ah loil Oh loil guck mal wie viel Geld ich hab Boi Ich werd den Tor killen Das ist meine Mission Das ist deine Mission Ich glaub mit den Dings haben wir relativ eine gute Chance Mit Captain America Oh mein Gott Ich hab auch Captain America Hab sie noch gekauft, ja? Ja Boah Boi Ey kein Unbibes Das wird wahrscheinlich ne 5 Part Serie hier aber Das ist super Ich hab das Gefühl jetzt kann man einfach nur Zeit raffern Ja das macht voll Spaß Ich weiß nicht Es ist bestimmt auch wichtig zum Zuschauen oder? Ich weiß es nicht Ehrlich ich hab keine Ahnung Das war dann aber auch Alles für diese Folge Ich hab keine Ahnung wie lange das jetzt wird Ich hab das Gefühl wir waren locker jetzt eine Stunde ingame Oh ja das kann Das kann legit sein oder? Genau Wir sind jetzt sehr rich Und haben uns an Scoreboard hochgearbeitet Also jedenfalls Sorry, sorry nicht Und tops Ja gut Falls euch das gefallen hat Dann lasst einen Daumen hoch da ansonsten Macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao